Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs und wir machen heute weiter mit... Wir sollen ein Ziel bei den Rather High Dogs erreichen und dazu brauche ich erstmal ein Fahrzeug. Äh, gut, nehme ich da eins. Moment, du willst mich also auf die... Ach, du hast ja gar nichts auszuhalten. So. So, in der letzten Folge haben wir da die komischen Drogenkisten da zerlegt. Äh, beziehungsweise... Boah, Alter, wie weit ist denn das? Äh, in der letzten Folge haben wir da diese Drogenkisten zerstört, die wollten wir unbedingt machen. Und guck mal, was heute passiert. Und jetzt haben wir gerade ein typisches britisches Wetter, nämlich Regen ohne Ende. So, dann probieren wir es jetzt also. Boah, Alter, den nehmen wir aber auch ganz schön, die Vorfahrt gerade. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Wie haben wir denn überhaupt noch? Ich habe jetzt nicht gerade geguckt, wie viel... Also, es waren zwischen den Jungen immer über zwei Kilometer. Das ich gerade mit einem geklauten Bike unterwegs bin, interessiert die, glaube ich, die wenigsten. Wie lange haben wir denn noch einen Kilometer jetzt? Ja, nach einer kleinen Pause geht es dann heute eigentlich auch mal ein bisschen mit Watch Dogs weiter. Ich sehe das mir bitte nach, dass ab und an auch mal Projekte ausfallen, oder beziehungsweise Folgen ausfallen. An bestimmten Tagen, es liegt mir momentan einfach viel zu viel Arbeit vor und Privatleben und hast du nicht gesehen. Und da schaffe ich es doch nicht immer aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, sehe ich mir bitte nach, dass es dann auch ab und an mal sein kann, dass da um ein leerer Tag ist. Aber das ist klar. Drecksack. Ey, ich habe noch nie mal was gemacht. Der Typ habe ich gerade... Abitren sollte hier in der Nähe sein. Hat jemand Sichtkontakt? Irgendwer? So, sollen wohl... ...finde Abitren. Gut, ich beende die Sache jetzt. Alle Einheiten zurückziehen. Ende. Ich checke jetzt gerade mal nur ein bisschen aus, auch wenn ich hier irgendwie Feindpräsenz habe. Irgendwo da oben ist ein... ...ist ein Technikpunkt. Ich bleibe jetzt... ...ja, da sind welche drin. Okay. Ah, hier. Den wollte ich mitnehmen. Genau. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade gemacht. Ich habe schnell nur. So, dann gucken wir uns mal um ein bisschen um die... Oh, das ist ein Elite-Gegner. Oh, tschüss. Puh. Glück gehabt. Moment. Lade nach. Gucken wir mal jetzt, hier kommt so richtig hoch. Alter, Verwalter, die kommen aber jetzt gerade Anlagen gelaufen. Wisse. Tot. Alter, wo ist denn das Viech jetzt hin? Ach, das ist unten, oder was? Da kommt doch jetzt noch was hochgefahren, oder nicht? Tot. Tot. Guck. Wo kommt das Viech jetzt her? Okay, jetzt kommt wohl die Treppe hoch. Tot. So, erledigt. Haben wir nochmal irgendwie... So, die müsste ja irgendwo hierher gekommen sein, ne? Ich vermute... Hä? Warte mal. Tot. Wer will das Arschloch in die Luft fliegen sehen? Keiner. Wir müssen Abitrans Geschäften mit Clan Kelly ein Ende bereiten. Schalte sie aus. Schalte sie aus. Ich bin mir nicht auf den Sack. Boah, Glück gehabt. Der Zustand wird Abitrans keine Drogenlieferungen mehr vermitteln. Aber zumindest mal. Chronos X war kurz davor, ein riesiges Problem zu werden. Ihr habt damit ganz sicher Leben gerettet. Und wenn Clan Kelly von ihrem Lieferanten abgeschnitten wird, heißt das, dass ihnen eine Geldquelle fehlt. Das verbuche ich als Gewinn. Wir sind noch lange nicht fertig. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. So, irgendwas ist jetzt gerade aufgegangen. Und zwar die Tür. Aha. Perfekt. So, ich gucke mich jetzt gerade mal noch ein bisschen um hier. Damit wir nicht irgendwie was finden. Damit wir nicht irgendwie noch was verlieren. Da hinten ist irgendwie noch ein Dokument, das ich gerne mitnehmen will. Ich nehme mal eine Motion mit. Und hier ist noch was. Den Technikpunkt haben wir. So, da ist auch irgendwo so ein Audio-Ding. Was ich mitnehmen will. So, dann sollten wir eigentlich auch so ziemlich alles haben. Jetzt holen wir mal auf. Feinde haben wir ja keine mehr. Ja, damit haben wir die Mission erledigt. Mit ein bisschen Glück dabei. Weil, gut, der Abby, die hat uns dann ordentlich Schaden zugefügt. Aber wir haben sie dann relativ zeitnah beim ersten Versuch geparkt. Und... Wenn mal, da ist noch irgendwo was. Warte mal hin. Da ist noch irgendwas. Jetzt haben wir hier. Ach, ja, das ist ein Liefer-Ding. Kein Bock, jetzt hab ich gesagt. Ja. Dann war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was die nächste Mission heißt für uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.